Hallöchen, hier auf filmundfun.de bei MovieMan. Mein Name ist Ole Lehmann, ich bin Stand-Up-Comedian aus Berlin und man hat mich gebeten, eine klitzekleine Rezension über diese aktuelle Blu-Ray zu machen, Guardians of Galaxy Teil 2. Ich habe gesagt, ich mache das, aber ich kann das nur in der Sprache machen, die jeder versteht, der auch den Film gesehen hat. Deswegen jetzt hier, Achtung, meine kleine Rezension, ich muss mich kurz vorbereiten. Ähm, 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 I am Groot. In diesem Sinne, kaufen. Tschüss!